Jesus stellt sich ganz und gar in des Vaters weh. Er tritt für den Zühnaltar, Gottes Zorn zu stehnen, Gottes Zorn zu stehnen. Jesus stellt sich ganz und gar in des Vaters weh. Jesus stellt sich ganz und gar in des Vaters weh. Jesus stellt sich ganz und gar in des Vaters weh. Jesus stellt sich ganz und gar in des Vaters weh. Amen. 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 Amen.